Dieses Video wird präsentiert von Kotami, euer Laden fürs Hobby. Hallo und herzlich willkommen hier auf Deines Tabletop-Welt. Ich bin der Christian und wir machen heute weiter mit Marvel Crisis Protocol Einheiten unter der Lupe. Wir haben die Charaktere der guten Seite besprochen, beziehungsweise auch die neutralen Seite mit Spider-Man und wir starten jetzt mit den Kabalen und zwar ihrem Anführer Red Skull aka Johann Schmidt. Dementsprechend dranbleiben. Viel Spaß dabei. Erst einmal ganz kurz und knapp. Wir haben ja fünf gute Helden sozusagen in der Box und fünf böse Helden. Wie die identifiziert werden ist anhand der Squad-Zugehörigkeitskarte. Da sind nämlich die bösen Charaktere mit aufgelistet, mit Ausnahme von Dr. Octopus und Spider-Man auf der guten Seite. Weil die beiden keinem der Teams zugehörig sind, sondern als neutrale Helden agieren. Und zwar zählt ein Team zugehörig zu den Kabalen, wenn mehr als 50% der Modelle dieser Kabal-Zugehörigkeit sind. Dazu gehören Red Skull, der hat das Sternchen daneben, nämlich ist der Anführer dieses Teams und hat eine besondere Fähigkeit. Baron Zemo, Ultron, Crossbones, Killmonger, Loki und Modok sind erwähnt. Modok habe ich euch schon vorgestellt. Killmonger ist gerade rausgekommen. Das heißt, wer so die amerikanische Seite beobachtet, kann schon sehen, wie es bei dem, also wie der Ganze funktioniert. Und ja, dementsprechend von den Grundbox-Charakteren aber jetzt erstmal den Red Skull. Wir kriegen Johann Schmidt für 4 Punkte mit 6 Leben, einer M-Bewegung und einer Größe von 2. Man verteidigt mit 4 Würfeln im Nahkampf gegen diese roten Angriffe, also gegen physische Angriffe, 3 Würfel gegen Energieangriffe und 3 Würfel gegen mystische Angriffe. Er bringt selbst einen physischen Angriff mit sich, erstmal den Strike, Reichweite 2, 5 Würfel, 0 Energie, so dieser Standardangriff, den man immer kennt. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, erhält man Energie in Höhe des angerichteten Schadens. Und wenn man ein Wild-Symbol gewürfelt hat, schubst man den Gegner auch noch. Und zwar bevor Schaden zugeteilt worden ist, wird dieser Charakter S-weit geschubst. Von Charakter weg, dementsprechend. Dann haben wir den Cosmic Blast als Energieangriff, also wir können den Würfel selber entfesseln, 5 Würfel in Reichweite 4, so rum. Eine Energie kostet mich das und sollten wir ein Wild-Symbol würfeln, bevor Schaden angerichtet worden ist, verliert der gegnerische Charakter eine Energie, fehlendes Wild-Symbol, das wir gewürfelt haben. Und der Charakter bekommt dann diese Anzahl von Energie. Also das ist schon, für eine Energie hat man eine gute Chance, sich mehr zu ziehen letzten Endes. Und gleichzeitig Schaden anzurichten, weil die Wild-Symbole natürlich auch als Erfolge gelten. Finde ich eine gute Sache, kann man schon mal öfter ansetzen. Gerade wenn man damit die höhere Reichweite hat und vielleicht so dann seinen letzten Angriff vorbereiten kann, wenn so, ja gut, 4 Energie in einem Angriff zu ziehen, ist schon unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz haben wir noch als letzten Energieangriff Unleash the Cube. Reichweite 4, 7 Würfel kostet uns aber stolze 4 Energie. Und wenn dieser Angriff Schaden angerichtet hat, darf man, nachdem dieser Charakter den, äh... Darf man diesen Charakter, nachdem der Schaden angerichtet worden ist, von... Darf dieser Charakter den anlevisierten Charakter S-weit werfen. Das ist ein bisschen komisch manchmal geschrieben, beziehungsweise da kommt ein Gehirndreher drin. Das heißt, sobald wir Schaden gemacht haben, darf man, nachdem dieser absolviert worden ist, der gegnerische Charakter einfach ein bisschen werfen. Und zwar eine S-Bewegung weit. Dann haben wir noch Reality Warp, das ist eine Wild-Fähigkeit. Nachdem dieser Angriff absolviert worden ist, ähm... Er leitet der angevisierte Charakter und alle Charakteren Reichweite 1 von diesem Charakter die Stunt-Special-Condition. Ähm... Dieser Charakter selber hier ist aber nicht, ähm, von Reality Warp betroffen. Das ist das, was wichtig bei ihm ist, weil damit trifft er auch seine eigenen Leute. Also wenn man dann, äh, um den Gegner rumkloppt und Reality Warp angreifen lässt, ähm, und dieses Wild-Symbol gewürfelt hat, dann verteilt man diese Stunt-Condition, die letzten Endes besagt, dass man, sobald man ab sofort Energie erhalten würde, nie mehr als eine Energie erhält. Sofern man mehr als eine auf einmal bekommt. Ähm... Das hält den Hulk natürlich ein bisschen auf, weil der Hulk natürlich nur zwei Energie erhält. Nichtsdestotrotz, wenn man natürlich Schaden reinkommt, man kriegt vier Treffer sogar rein, wenn man schlecht gewürfelt hat, kriegt man dafür auch nur ein Energie und nicht vier. Das Brems geht natürlich die Charaktere ganz gut aus. Man müsste eine Shake-Aktion durchführen, um diese, ähm, Spezial, ähm, diesen Spezial-Effekt auf sich abzuschütteln und, äh, um so weiterzumachen. Dann haben wir vier Sonderfähigkeiten auf ihm. Zuerst einmal Master of Evil ist seine, ähm, Scott-Zugehörigkeits, ähm, Leader-Fähigkeit, also die, ähm, Anführer-Fähigkeit, wie wenn man Kabale spielt, man hat. Und jedes Mal, wenn ein alliierter Charakter Schaden an einem gegnerischen Charakter mit einem Angriff anrichtet, nachdem dieser Angriff nimmt, da absolviert worden ist, bekommt man noch zusätzlich eine Energie. Das heißt, erhält man Energie, das man durch Schaden, äh, durch die man, erhält man Energie, indem man Schaden angerichtet hat und oder andere Effekte und dem gegnerischen Charakter damit angegriffen hat, erhält man nochmal zusätzliche Energie. Das heißt, er sammelt auf seinen Leuten ohne Reichweitenbeschränkungen, äh, eine gewisse Anzahl an Energie. Und das Schöne hier auch ist, wenn man die Squad-Zugehörigkeit hat, das heißt, nur mehr als 50% des Teams hat, betrifft das trotzdem alle, die in diesem Squad gespielt werden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Red Skull, Semo und Ultron spiele, und mein vierter Charakter ist ein Hulk, profitiert der Hulk genauso von dieser Fähigkeit. Selbst wenn er innerhalb von Avengers gehört. Dann haben wir eine aktive Fähigkeit bei ihm, den Cosmic Cube, und hier haben wir die erste und einzige Superheldenfähigkeit in dem Grundset, die eine Aktion erfordert für null Energie, und zwar, dieser Charakter hält dafür drei Energie, wenn man diese Aktion macht, und dann würfelt man fünf Würfel, und für jedes, ähm, für den Totenkopf, den man gewürfelt hat, erleidet dieser Charakter einen Schaden. Wichtig ist, diese Superkraft kann man nur einmal pro Runde einsetzen. Also, wenn er was weiter hinten steht und nicht einfach ins Getümpel reinlaufen will, nimmt man die Aktion, riskiert zwar Schaden zu erhalten, man bekommt aber auf jeden Fall drei Energie. Powert ihn ein bisschen hoch, kostet ihn halt eine Aktion, aber sonst gar nicht mal verkehrt. Master of the Cube, choose, also nachdem dieser, diesen Charakter, oder, man kann diesen Charakter wählen, oder einen anderen alliierten Charakter innerhalb von Reichweite 4 von ihm selbst, und ihn Reichweite 2 von seiner jetzigen Position einfach irgendwo hinsetzen. Dieser, also jeder Charakter kann nur einmal bei dieser Superkraft versetzt werden, und das Ganze kostet uns drei Energie, also er teleportiert die ein bisschen hin und her, kann uns helfen, einfach mal Missionsziele dann auch einmal doch einzunehmen und zu stehlen, wenn der Gegner damit nicht rechnet, und oder Leute aus einer gewissen Reichweite mit rauszuziehen, dass der Gegner sich doch einmal mehr bewegen muss. Als reaktive Fähigkeit haben wir noch Heilhydra für zwei Energie. Wenn dieser Charakter von einem Angriff, also wenn dieser Charakter als Verteidiger von einem Angriff gewählt wird, darf man diese Kraft einsetzen, man nimmt einen anderen alliierten Charakter innerhalb von Reichweite 2, und der wird dann das neue Ziel des Angriffs, egal ob Reichweite oder Line of Sightsteam, stimmen würden. Also hier haben wir ein umgekehrtes Bodyguard, das heißt, er selbst darf dann sagen, ne, du spring mal dazwischen, anstatt dann, dass der Charakter, der verteidigt, dann sagt, ne, ich spring für dich freiwillig dazwischen. Macht ihn ein bisschen haltbarer, wenn man das richtig einsetzt, wenn man einen Charakter mitlaufen lässt, der gut verteidigt oder viel Leben hat, finde ich vollkommen solide für vier Punkte. Sollte man aber jetzt bei Red Skull doch das Problem haben, man verliert alle sechs Leben, dann wird der ja betäubt und geht auf seine verletzte Seite. Da ist der Red Skull aber, ich nenne es mal unspektakulär, weil er genau dieselbe Startline auch hier wieder hat. Sechs Leben, M-Bewegung, Größe 2, verteidigt gegen Rot mit 4, gegen Gelb mit 3, gegen Blau mit 3, hat den Strike immer noch, den Cosmic Blast und den Unleashed the Cube. Wir haben immer noch unsere Kabalfähigkeit des Anführers. Wir haben immer noch den Cosmic Cube, können wir aktivieren, um Energie zu ziehen. Wir können immer noch der Meister des Cubes sein, also des Würfels sein, um Leute zu teleportieren. Und wir können immer noch anderen Leuten sagen, dass sie dazwischen springen sollen. Jetzt kommt manchmal diese Frage, oder kam die Frage auf im FAQ, glaube ich, wenn der Charakter, der die Liederfähigkeit hat, betäubt wird, also alle sechs Leben verliert, und da noch die anderen Charaktere dran sind, zählt trotzdem die Anführerfähigkeit. Das ist der Fall, das heißt, sobald trotzdem, wenn er der erste Charakter, der in einer Runde K.O. geht, also nicht vom Feld, sondern nur betäubt wird, und auf die verletzte Seite am Ende der Runde geht, dann können alle anderen Charaktere trotzdem von seiner Heldenfähigkeit profitieren, dass sie immer wieder Energie zusätzlich generieren, wenn sie Schaden anrichten. Was nicht funktioniert, ist wiederum, wenn er vom Feld komplett geht, also in dem Fall K.O. oder getötet wird, kann man jetzt einfach mal sagen, dann kommt diese Anführerfähigkeit nicht mehr zum Drang, weil er nicht mehr auf dem Spielfeld ist. Also, als Lieder ein grundzuliches Modell, der verteidigt auch noch echt gut, und kann mit Anlichter der Cube richtig fies Schaden anrichten, weil man wirft den Charakter auch noch S-weit, und wenn man dann zusätzlich das White-Symbol gemacht hat, kann man den Charakter, den man S-weit erstmal geworfen hat, kann man dann auch noch überall den Stun dann mit in die Leute rein verteilen, wenn man ihn S-weit auch noch wirft, wenn der Gegner natürlich Pech hat, dann erzeugt man auch noch eine Kollision und macht dann nochmal Schaden an anderen Charakteren mit. Also ich finde den sehr, sehr stark, und ist natürlich ein mega geiles Modell, kommt natürlich aus der Reihe von Captain America. Ich bin schon beeindruckend, oder wenn ich nicht der beste Maler bin, um ihn so wirklich zur Geltung zu bringen, der gefällt mir schon echt gut. Also auch als Charakter selber zum Spielen. Ich habe zwei Team-Taktik-Karten aber auch euch wieder mitgebracht, und zwar habe ich zwei Kabalkarten jetzt mitgenommen. Wir haben einmal die Cosmic Invigoration, ist eine aktive Kabalkarte und benötigt Red Skull in dem Fall, nämlich wenn Red Skull innerhalb von Reichweil 2 zu einem anderen alliierten Charakter ist, mit einem Aktiviert-Token. Dafür zwei Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Wir nehmen den Aktiviert-Token vom befreundeten Charakter runter und würfeln drei Würfel. Für jedes Crit-Symbol, für jedes Wild-Symbol, für jeden Hit, und für jeden Hit erleidet dieser Charakter dann einen Schaden. Das heißt, wir können mit ein bisschen Poker den Charakter ein zweites Mal aktivieren, aber wenn wir Pech haben, beamen wir den damit komplett aus dem Leben raus und richten halt viel Schaden an. Zeigt aber so ein bisschen den Spielstil der Kabale, dass man schon mal auf Kosten von Schaden und oder dann positive Effekte rauszieht. Finde ich sehr cool und ist eine Karte, die ich definitiv mit dem Kabal-Squad spielen würde. Gerade diese Extra-Aktivierung. Wenn man das mit Age of Ultron zum Beispiel kombinieren kann, kann man Ultron noch einmal aktivieren. Danach spielt man Age of Ultron zum Beispiel, wenn er dann wirklich ganz K.O. geht, um ihn komplett nochmal rumlaufen zu lassen. Ziemlich coole Sache und finde Kabal-Team vollkommen sinnvoll. Dann haben wir noch Dark Regan. Ist auch eine Kabalkarte, eine aktive Kabalkarte. Dementsprechend darf dort jeder Charakter, der dem Kabalen zugehörig ist, das ist dann wichtig, dass man nämlich dann hier guckt. Weil wenn man dieses Standard-Squad spielt, Böse gehen gut, und dann hat Dr. Octopus und schon würde Dark Regan spielen. Dr. Octopus ist kein Kabalkarakter, das heißt, der dürfte nicht diese drei Energie ausgeben, um diese Karte zu spielen. Dann darf man nämlich einen gegnerischen Charakter wählen, nachdem man das getan hat. Und alliierte Kabalkarakter, die also aufgeführt sind, dürfen eine beliebige Anzahl an Würfeln im Angriff neu würfeln, wenn sie diesen gewählten Charakter angreifen. Das ist ziemlich, ziemlich bitter. Also das ist schon holler, die Waldfee. Also damit kann man wirklich, wenn man Fokus-Feier spielt, kann man damit gegnerische Charaktere komplett ausbeleiden. Also ich würde die Karte nicht spielen, wenn der gegnerische Charakter gerade erst betäubt worden ist und wieder aufsteht, äh, noch nicht betäubt worden ist, sondern nachdem er betäubt worden ist und dann wieder aufsteht, um ihn dann komplett mit einem, mit dieser einen Runde, mit Extrawürfeln und Wiederholung und richtig Schaden aus dem Spiel zu nehmen, um den Gegner eine komplette Aktivierung zu nehmen. Um den Charakter einfach nur weg zu betäuben, dass der nächste Runde wieder aufsteht, glaube ich nicht, ähm, dass das sinnvoll wäre. Nichtsdestotrotz, eine klasse Karte und, ähm, ich weiß auch nicht, wenn man das Testspiel sich anguckt, warum diese Karte hier, diese Dark Ragen, überhaupt nicht mit drin ist. Also, da haben wir ein bisschen mehr gemischtes Quad, glaube ich. Aber wenn man gut gegen böse spielt, man sollte die Karte mitnehmen. Also wenigstens in der Hinterhand, wenn man auf Kabale spielt. Ja, das war's heute zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn ihr Kommentare dazu habt und oder Verbesserungsvorschläge, schreibt das unten in die Kommentare rein. Schreibt unsere Facebook-Seite, Daniels Tabletop-Welt. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt wieder einschaltet, dann zu Einheit mit der Lupe. Ich mache jetzt die Kabale nämlich zu Ende. und, äh, sage dann auf Wiedersehen, Adiada und bis zum nächsten Mal. Ciao.